Musik Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von GameReviews.de Dieses Video ist in der Tat jetzt kein Review, sondern geht mehr in Richtung Let's Play, weil es wirklich nur eine In-Game-Aufnahme ist mit dem ganzen, was da eben so passiert ist. Ich wollte es zwar zuerst als Gameplay für den Hintergrund eines Reviews verwenden, allerdings ist mir dann aufgefallen, dass Nvidia Shadowplay meine Skype-Konferenzen mit aufgezeichnet hat und der spielinterne Sound wohl doch nicht so spielintern ist, aber mich selber hat es nicht aufgenommen. Was jetzt mein ganzes Soundkarten-Setup auch wieder durcheinander bringt. Na dann müsste ich dann die Tage mal schauen, wie ich das regle. Aber hier dann jedenfalls erstmal viel Spaß mit dem Gameplay-Video von Battlefield 4 auf der Map-Seitenstraße. Das Ganze ist in dem neuen DLC China Rising enthalten. Dabei habe ich ein paar Kumpels, die tatkräftig mitgeholfen haben, dass auf diesem Server wirklich eine Panzerparty losbricht. Es war schon ziemlich chaotisch an einigen Stellen. Schaut es euch an. Macht's gut, bis demnächst. Ich hau ihn weg. Ich bin halt in die Tür. Ich hau ihn weg. Ja, mit einer RPG schießt er direkt auf mein Gehirn. Er steht direkt vor mir, ein Stück unten. Er steht unter dem, ähm, Betonfliegen. Ja, er läuft bei dir. Der muss doch mal auf ihn schießen. Da steht ein leerer Panzer, Jungs. Ja, der ist Schrotz. Da ist ein Typ, ne? Ich weiß. Das ist tot. Nein. Er ist für dich noch Dippen. 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 Ich bin Medi gewesen, vollidiot. Gewesen oder kann ich dich noch wieder belegen? Nee, bin ich nicht. Nee, du warst Pio-Lie. Mit einer MTHR. Doch, zwar. Okay. Tja, ich hab nur ein Worldkill gemacht. Kommen drei Panzer auf ihn zu? Wo ist denn Fick? Warum hab ich denn das Dinger dabei? Wer ne Hilfe braucht, ich bin hier noch. Hilfe. Auf welchem? Ich bin hier, aber ich markiert. Ich greif's grad beide an. Hey, ich platziere hier, ne? Was? Er hat irgendwann meinen Minen kaputt gemacht. Der Cheats? Nein, die ging doch. Ja, das waren sechs. Was? Auf, wie geht's? Hey, stopp, 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 stopp. Stopp! Stopp! So hoch. Lass mal wieder raussteigen. Hey, komm, steig wieder an. Was wollt ihr denn machen? Steig wieder an! Nein, nicht raus. Der ist doch weit weg. Leute, ich brauch Hilfe. Wo bist du? C. Vor C. Ich komm mit uns. Loool, bei C sind aufwärts, verdammt. Jetzt kannst du raus, wenn du mit uns raus willst. Nee, wir haben Glück. Ja, das war mal ein Ende voll. Ja, ich hab den in DT-Bild noch nicht mal gekommen gesehen. Ich hab ihn markiert. Sehr schön. Da ist ein Panzerding. Klatschen, wa? Klatschen, wa? Brauchst du hier voll einen an der Binde her. Toll, Jonas, du hast in meinem Panzer geklaut. Hä, das ist mein Panzer, wie du siehst. Oh, jetzt hat er hier diesen blöden Schutz drin, ne? Ja, ich bin raus. Das gibt's nicht. Der ist ein Pimmelpanzer, schnell hin nach. Puh. Nur wegen hier bin ich gestorben. Jetzt hat er den anderen Pimmelpanzer genommen. Einmal noch draufschießen. Ja, kannst du... Nee, brauch gar nicht auf eurer Tour. Ich hab noch... 50 Prozent, ey. Ich hab zwei Panzer down gemacht. Ich hab dir geholfen. Ja, okay. Er hat gerade die Kontrolle bei 1, dass es die Elter verloren. Ah, lass mich rein. Lass mich rein, ah! Von wo? Oh, das war. Ich glaub, er ist da. Ist er übergefahren? Ja, erst nochmal draufschießen auf den Toten. Ja, repariiert beide zusammen. Schleck ein. Oh, du bist... Ich lieb, ey. Das ist unser aktuelles Eintritts-Team. Hallo. Prost, Fahrer. Wo willst du denn schießen? Alter, was? Hältst du einfach mal in den Maul, sonst kannst du aussteigen. Okay. Lass mich doch drauf schießen, wo ich will. Aber außerdem... Ja, den hast du auch genau getroffen, ne? Da war ich nicht. Komm, ein Jaguar. Warum hast du das aufgeschossen? Da war ein Panther. Ich hab ihn. Nimm den Motorrad, du Fahr weg. Schieb die Augen. Das, was du willst. Das bin ich mir drunter geholt. Weil wir haben es geschafft. Wieso das denn? Leute, eine Leiche hängt in der Luft bei mir. Sucht mal wieder den Zünder, ich weiß wofür der ist. Für irgendwas explosives? Boah, hätt ich nicht gedacht. Klug, ne? Oh Gott, was hat denn jetzt? Wo soll ich denn hinfahren? Ja, ich hab ihn. Daniel, ey, was geht denn da bei dir ab? Ey, wieso? Zwölf, zwei. Ah, aber wohin. Ah, lass... zu A. So weit? Da stehen auch welche. Little Bird. Nein, hab ich nicht. Wer ist denn da bei mir ausgestiegen gerade? Da sind aber so viele große Panzers. Ja, die schaffen aber nicht mit meinem Pimmel-Panzer. Jonas, kannst du gar nicht vergehen? Wo war der denn jetzt? Boah. Boah. Noch mal zu E. So, Eko ist noch bei dir eingestiegen. Nein, ich hab ihn aber auch nicht gesehen. Aber fuck, ich spiel ja gar kein Medi. Fuck. Will ich mir Medi-Kit den werfen werfen? Ne, ge. Oder erst mal die Stinger drauf? Ja, genau, ich spawn erst mal bei dem, wo schon wer eingestiegen ist. Was? Oh, Mariana. Ja. Ist ja auch kein Ding. 3, 10, 2. So gut war ich schon lange nicht mehr. Doch, bei dir. 2 hier. Boah, Boni. Boah, nicht Boni. Oh, der Sniper ist ja. Wieso läuft der Panther eigentlich nicht stehen? Der wackelt immer ein bisschen nach rechts und links, wenn ich stehen bleibe. Ich hab ne feindlichen Panzerjäger genau östlich deiner Position gewichtet. Sollte kein Problem sagen. Wohin? D? Woll. Der ist unser. Was zieht der sich an? Äh, wem eigentlich. Komm, die Leute, da hinten. Der ist auf Bild da. Wunderbar. Treffer. Da ist einer. Da ist einer. Der fährt mit dem Motorrad weg. Lass doch nach. Woll. Wo ist denn hier einer? Da vorne. Der hat sie. Der hat ein Panzer. Aber hat der denn den Panzer jetzt hergeholt? Ich glaube, das ist dein Arsch. Nein. Weiß mal. Das hab ich nie gesagt. Jetzt will ich mich vollgemauft. Nein. Sorry. Oh Gott, da sind drei Panzer. Hilf mir. Hilf mir. Ich kann nicht. Ich brauch Kräfte. Ich hab das Dinger dabei. Das Dinger? Wieso hast du denn das Dinger dabei? Ich bin ja im ganzen Sinne bei 4 hochfliegen. Daniel, ich komm dir zur Hilfe, ne? Oh. Man muss ja mit einer Stinger so lange visieren, bis das Ding höchst getroffen wird. Ey, muss man nicht. Doch. Nein. Oh Gott, was geht denn jetzt ab? Du, der hat mich grad bei dir sporen. Hast gesehen, war du jetzt, ne? Ich hab einfach sporen geklickt. Da ist mir aufgefallen, dass du bei deinem Panzer grad hochgegangen bist. Ich hab das andere. Ich verstehe. Ist hier noch irgendwo her? Ja. Hast du ihn? Alter, 16 zu 2, Mann. Läuft bei dir. Zeig. Oh, komm, Jet. Was noch fair? Ja. Wieso? Ich verstehe. Ich meine nicht. Ja, guck dir mal deine Statistik an, Jonas. Und guck dir mal meine an. Ja, vorhin war ich die ganze Zeit sehr viel besser. Es geht beide. Das hat ja nichts zu sagen. Vorhin und jetzt. Ja. Los komm mit. Kriegen wir jetzt, komm. Boah. BTR, 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 BTR. Ja. Das ist ein feindlicher Wassermarkt! Es geht nicht. Was ist hier? Oh, und der hat Zuni-Raketen. So ein Dreck, ey. Rolle ist ja okay. Das gibt's doch nicht. Die, 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 die. Geht's doch. 9,76. Ist doch ganz schön alt. Einsatzziel Alpha wurde erobert. Das ist einfach. Der ist jünger bestimmt als deine Mutter. Oder dein Vater. Das ist richtig. Trotzdem ist er älter als ich. Will der mit uns Verstecken spielen, alter? Wo denn? ich bin rausgeschossen worden, hinter dir ist ein Hinten der Dippel ich weiß bist du tot? warum öffnet man den Fallschirm wenn man trotzdem stirbt? wer soll der Scheiß? wo seid ihr eigentlich alle? gut gar nicht mal mit Panzers unterwegs Panzers? die Juden alten Panzers nee nochmal zu T passt ich da rum? wo kommt der denn da? ich versteh es nicht so wie hat er das? wohl noch einer du gibst meine KD voll im Arsch ey die jude alte KD ja die ist voll ruiniert nicht warten bis Panzers kommen wohin? ne in die grüße kommt nicht der Jonas kommt was? keine Ahnung was? ich reparier dich bleib doch stehen dann kann ich wenigstens als Schutzer da ist noch ein Typ ich glaube da ist noch ein Panzer ja der hat mich was ist euer Plan? wohin? da stehen zwei Panzer einer von rechts im Deck runter und einer in der Entwacht bei A oder bei B? A gut ich habe nur so einen Dödelpanzer mal gucken was ich damit reiße Dödelpanzer das ist huppig dauerhaft geil nehm du den Typen damit habe ich jetzt nicht gerechnet wo mit mit Minen? mit C4 er ist ja das gleiche auf zu E auf dem mach Soldaten greif fiel des Einsatzes ah nein ich bin abgestiegen deutlich von dir scheinen scheinliche FG Schüsse zu sein so Daniel was hast du vor? E angreifen ich helf dir ich habe einen eliminiert ha ha guck mal wie du geparkt hast perfekt Holungen logisch das man wenn man absteigt die sich gleich wieder aufstellen ja Einsatzziel Charlie wurde erobert ja jetzt sind wir alle mit den Motorrädern unterwegs auf zu B schon wieder so ein und sprung schon wieder so eine super runde was jonas gebrülle muss rausschneiden das nimmt er sowieso nicht mit da ein bischof ich habe mal endlich für das mal angucken klingst arbeit Ja? Ja, ich kann dir den Kanal gerne schieben, Daniel. Mach das. Genau. Ich schicke den in den Link. Was merken? Video namens Panzerbrecher angucken. 3 6 6 7 7 4 9 10 10 Bis zum nächsten Mal.